Ich bin da Kali von der Kutseppfelle, aber ich bin so gebeneig. Ich habe so vieles, ich habe so vieles. Ich habe so vieles, ich habe so vieles. Ich habe so vieles. Ich habe so vieles. Ich habe so vieles. Ich bin da vorbei. Die Chefin ist ja auch da. Das tut mir leid. Ja, grüß die Chefin. Servus. Hast du Geburtstag leider? Was hast du denn? Gar nichts. Wir sind alle so schein angeschoben. Weißt du, der Kali fahrt weiter, kein anderes Gewand und Blut. Weil die Wäsche war schon mal, die ich nicht erholen. Wie sie wieder alle so ausgegangen waren, kommt mir so eine weine Mutter. Aber ich spiel dir keine Rolle, ich spiel dir keine Rolle. Mit meinem Luxuskörper haben sie mich voller Schöpfen gesucht. Dann geh sagen wir's, was los ist. Geburtsdruck hat ja ein Kind gekriegt. Kommt, Gerst. Kommt, Gerst. Aber dann mehr Rett. Ja, denn das werden wir da nicht nur feiern. Du gehst im Bett. 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 Na ja, gut. Ich muss dir einziehen. Das hab ich zwar nicht vorbereitet, dass du schon im Bett ist. Aber du brauchst dir auch eine Kleinigkeit von mir, oder? Ich muss auch was gehen, weil das gehört sich nicht so. Aber nein, nein. Ich hab schon das Glück, gell. Ja, bei mir sag ich mich, gell. Schau mal. Ich kann nicht das Leitzel auf, wenn es immer schon so ist. Mein Tschuld, im Leitzel wird man ja nichts holen. Es ist nicht ein Wäsche Schütz. Ich hab ihn so. Ich hab ihn so. Ich hab ihn so. Dann wollen wir den Wäsche Schütz drauf an. So, war ich was nicht über den Bebentraut? Du kannst mal nicht die Pärbe. Du brauchst eine Rügel, oder? Du willst noch was zum Schnappen. Ich schaue, was in der Tastab, was in der Schein kommt, gell? Na ja, was haben wir denn da alles drinnen? Ich hab halt immer, ich hab schon abgehackt. Nein, das wirst du nicht brauchen, das ist deine Seine. Ich könnte ja nicht wissen. Wenn man mal schnattert, kann man auch nicht rauskommen. Aber ich bin ja einig, gell? Ich hätte mir so. Na ja, das nicht. Mein Gott, da hab ich auch was. Fährst, ein bissl was muss ich wieder ja gehen. Ist ja ein altes Sekret nicht, da ich, Hoppe. Füchst du das? Ja. Schenk dir doch, schenk dir doch. Ach guat, das ist in dir schon nötig. Das hat mir gedachts nicht sein, weil das kann ich noch mal brauchen. Das ist ja nur Kleinigkeit. Zwei Sekretten hab ich da rein getan, gell? Die Black Butter. Als Schwachs hab ich da rein getan. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, dass du das nicht aufmachen kannst, ja, ja, ja. Nein, ich muss euch was erzählen, ich bin ja noch nicht so lange getan. Ich bin Kurzzeitpflege, das hab ich euch ja schon gesagt, gell? Auf Station B. Gerade Station. Also ich muss euch auch sagen, ich bin ja froh, dass ich heute Schlafpulver nicht genommen hab, gell? Meine Angehörigen haben mich da rein gesteckt. Sie haben gesagt, sie brauchen Urlaub von mir. Das soll Blödsinn. Ich brauch Urlaub von Ihnen. Den ganzen Tag schaffen sie nur auch mit mir. Kalle tut das, Kalle macht das. Das darfst du nicht machen, Kalle. Ist immer das Gleiche. Davon bin ich ja froh, dass ich da bin. Das fällt mir ganz gut an. Die Schwestern sind ausgesprochen lieb, muss ich sagen. Ganz entzückende Schwestern, hab ich. Ja, ein paar so Heiminsassen sind auch da, ein paar so Weiberl. Unter 18, ne? Unter 18, hab ich gar nicht so schlecht, gell? Aber die haben halt alle ein bisschen eine Krankheit. Die eine hat den Alzheimer, gell? Die fragt den ganzen Tag ihre Haas. Ich sag, ich bin der Kalle, ich bin der Kalle. Jetzt hab ich es ihr aufgeschrieben. Was glaubt ihr, was ihr jetzt tut? Jetzt sucht ihr den ganzen Tag den Zell. Wie furchtbar. Darum hab ich auch nicht kennengelernt. Eine ganz frische Katze. Weil die ist nicht mehr als wie ein 16,70 oder was. Die ist ja auch dumm. Eine Jugendliche. Und die hat ihn. Weißt du, was sagt man da? In Petersen hat er ihn. Ja, weißt du, was du zieht hast? Ja, das ist der Parken, so glaube ich. Was, Klausel, die geht's auch gern. Ich hätte ja nichts dabei hin. Ich hätte ja nichts dabei hin. Aber jedes Mal, wenn ich hier eine Schnurzel hergesteckt, Sie sind so zu wie zu mir. Eine Fahne gibt es beim Räumen nachher, dass sie mich gleich von der Stecken wegkommt. Da hat sie rausgefahren. Ich hab sie noch nie geküsst. Wir sind noch nicht dazugekommen. Aber es ist eins. Manchmal sind sie schon ein bisschen schwieriger. Da sind wir zwar nicht so, aber manchmal gehen sie mir schon ein bisschen knurfen. Da schreien sie den ganzen Tag. Kann ich, wo bist denn? Kann ich, gehst schon schlafen? Kann ich, willst nicht ein bisschen noch fern sein mit mir? Kann ich, aber heute setzt sie zu mir. So machen sie es, gell? Aber eins haben sie nicht mitgekriegt, dass ich heute noch unten bin. Ha, 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 ha. Ihr müsst noch irgendwas da lachen, oder? Aber hört sie zu. Setzt einmal still. Ich glaub, ich hör was. Ich hör da schon was. Hört sie auch was? Ei! 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 Sie hat! Sie hat! Sie hat! Sie hat! Sie hat! Sie hat Su. Es ist ja nur noch. Ein Ein Anderer ist das Lob! Ja! Ja! Ich bin der Bigger, ich bin der Ball! Ich bin der Bigger, ich bin der Ball!